Leute, kurzes, aber extrem wichtiges Update zum Bitcoin, Ethereum und Solana Preise. Sehen wir in Bitcoin jetzt die Fortsetzung der kurzfristigen Erholung, ehe es dann noch einmal zu einem größeren Abverkauf kommt? Darüber werden wir detailliert im heutigen Update Video sprechen. Sämtliche wichtige Preislevel, die du jetzt auf dem Schirm haben musst, bekommst du an die Hand, als auch natürlich die wichtigsten nächsten Liquidation Marken. Dazu eine kurze knackige Analyse zu Ethereum. Und last but not least gibt es Major Breaking News zu Solana. Solana Pay und Shopify gehen eine Partnerschaft ein. Alles, was du dazu wissen musst, hier auf der Crypto Wall Street. Falls dir das heutige Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da und starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading Tag und lerne definitiv jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazu. Und wir starten direkt mit der Analyse. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 4 Stunden Start und schauen uns erst einmal an, was seit dem letzten Update Video beziehungsweise seit dem letzten Livestream am Montagabend hier auf den Kryptomärkten so passiert ist. Im spezifischen erst einmal Bitcoin. Fahrplan war folgender. Wir rechnen kurzfristig mit einer Erholung erst einmal in die Region von 27.130 US-Dollar hoch bis 27.672 US-Dollar. Wie sind wir auf dieses Level gekommen? Denn nach dem starken Flash Crash hat der Markt natürlich jede Menge Imbalances, Ineffizienzen gebildet. Das heißt, es gibt immer wieder Bereiche von ganzen Kerzen, die noch nicht wieder retestet worden sind. Wir sehen mit diesem letzten Dump den Bounceback und den Retest der Marke 26.850 US-Dollar. Doch ebenfalls haben wir dadurch so eine genannte Inbalance-Ineffizienz gebildet. Im 4-Stunden-Shart geht diese tatsächlich los bei 26.850 US-Dollar und reicht hoch bis über 27.672 US-Dollar. Doch für den kurzfristigen Fahrplan schauen wir uns in der Stunden-Shart um und kommen exakt auf dieses Level. Das ist definitiv ein wichtiger Point of Interest für sämtliche Marktteilnehmer dieser kurzfristigen Erholungsbewegung. Warum ebenfalls? Denn auch hier haben wir im Bitcoin CME Futures Chart beziehungsweise in der CME Futures Börse, wo Bitcoin ebenfalls gehandelt wird, ein sogenanntes Gap gebildet. Das heißt, mit dem starken Abverkauf zwischen 23.00 Uhr und 24.00 Uhr war dieser Markt kurzzeitig geschlossen und dadurch hat der Markt dann wieder eröffnet in den Regionen von 26.845 US-Dollar. Wir haben eine sogenannte Gap gebildet und in der Regel werden diese eher früher als später direkt wieder geschlossen. Von daher auch hier soweit der Point of Interest 27.000 hoch bis 27.500 US-Dollar, was natürlich eine interessante kurzfristige Erholungsmarke hier von Bitcoin darstellt. Wir haben noch einmal kurzfristig den Reset beziehungsweise den Retest des letzten Lows gesehen. Letztes Low liegt bei 25.200 US-Dollar. Wir sind nicht ganz an diesen Retest rangekommen, doch aus bullischer Sicht soweit erst einmal ein positives Zeichen, dass wir hier vermeintlich einen doppelten Bullen gebildet haben. Nach diesem starken Abverkauf kam es direkt zur Reaktion. Wieso kam es zur Reaktion? Denn wir sprechen schon eine Langeweile über diesen interessanten Bereich. Lasst uns das kurz auch noch mal Revue passieren, denn springen wir in die Daily rein. So sehen wir, dass das ganz klar unser Fahrplan ist, den wir hier aufgestellt haben. Wir laufen innerhalb der hellgrünen Strukturen. Unsere Sequenz, unsere Elliott-Welle, die uns hochtragen sollte, bis in die Region 35.000 US-Dollar hoch, bis 39.000 US-Dollar. Und nachdem der Markt ein neues hoch gebildet hat bei 31.800 US-Dollar in den Regionen, kam es zur Korrektur. Wir haben schon lange über diesen Bereich als interessanten langfristigen Wiedereinstiegs-Bereich, Kaufbereich von Bitcoin gesprochen. 25.680 US-Dollar runter bis 23.631 US-Dollar. Auch klare Kommunikation meinerseits. Ich habe an diesem besagten Level hier nachgekauft. Ebenfalls kommt da noch rein unsere wunderschöne Hochebene aus August 2022 und Februar 2023. Erster Auflagepunkt, zweiter Auflagepunkt, Breakthrough-Retest, dritter Auflagepunkt. Und jetzt kam es zum vierten Retest dieses besagten Levels. Wunderschöne Reaktion erst einmal. Potenzial, wie gesagt, dass wir hier ein wunderschönes Fundament gebildet haben, um eine kurzfristige Erholungsbewegung einzuleiten. Erstes Target in dieser Region. Zweites Target. Schauen wir uns das kurz einmal an. Wir haben natürlich mit diesem Abverkauf auch ein interessantes bärisches Level soweit gebildet. Das heißt, wir haben den Hoch oder das Hoch gesehen in den Regionen von knapp 31.800 US-Dollar runter bis zu dem sagten 25.200 US-Dollar. Und danach hat der Markt natürlich sowieso auch aus SK-Systemsicht, aus Fibonacci-Sicht, erst einmal Erholungspotenzial bis zu den Regionen 28.500 US-Dollar hoch. Mit dem Retest unserer Unterkante der Range 29.500 US-Dollar. Wird das jetzt alles in einem Aufschwung passieren? So Leute, nein, gehe ich nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass der Markt wieder in Etappen klettert. Wir sehen vielleicht jetzt nochmal einen kurzen Setback. Gehen wir gleich auf das Level hier untergeordnet ein in der Stundenchart. Sehen dann den Bounce. Abgreifen dieser Level. Kurzfristiges Reversal wieder. Und dann den nächsten Erholungsmuff. Doch dann Leute, wird es wirklich sehr, sehr spannend. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einen größeren Abverkauf noch einmal sehen, in die Region von 24.000 US-Dollar, die besteht weiterhin. Wieso, weshalb, warum? Lasst uns dafür einmal kurz in die Liquidation Heatmaps von Highblock Capital reinrutschen. Schauen uns den 3-Monats-Chart an und sehen direkt, okay, mit diesem Abverkauf haben wir zwar die erste interessante Liquidmarke bei 24.600 US-Dollar abgegriffen. Doch aus Market Maker Sicht liegt die größte Liquidität, der größte Point of Interest hier weiterhin in den Regionen von 24.400 US-Dollar mit maximaler Ausprägung in der 3-Monats-Chart 24.200 US-Dollar. Das noch nicht genug? Nein. In der Monats-Chart haben wir sogar unter der 24.000 US-Dollar interessante Liquiditätsbildungen gesehen. Bis runter 23.500, 600 US-Dollar. Von daher nicht verwerflich, Leute, dass die Market Maker den Markt früher oder später auch noch einmal hier runterdrücken werden. Von daher, wie geht es weiter mit unserem Trading Investment Fahrplan? Sprechen wir da noch einmal kurz drüber. Ganz klare Aussage meinerseits in den letzten Videos ebenfalls. Diese Region innerhalb unseres bullischen Kaufbereichs, Wendebereichs, ist die höchst attraktivste Region. Wieso? Wir haben soweit aus Fibonacci-Sicht das 61.800, die Golden Ratio in den Regionen 24.232 US-Dollar. Wunderschön in Harmonie und Konkurrenz mit dieser Liquid-Marke. Plus danach das 66.700 bei 23.631 US-Dollar. Wunderschön in Konkurrenz und Harmonie mit dieser Liquid-Marke. Von daher, wie werde ich jetzt trade-technisch agieren? Aktuell nicht in keinem Long-Trade, in keinem Short-Trade. Ich habe nachgekauft. Ich werde ebenfalls eine weitere größere Tranche in den Regionen hier bereits platzieren. Buy-Limits sind ausgelegt und auch meinen nächsten kurzfristigen Bitcoin-Long-Trade in den Regionen eröffnen. Sollte es zu diesem Setback kommen, werde ich an der Marke 24.232 US-Dollar meine nächste Bitcoin-Long-Position eröffnen. Lasst uns jetzt noch einmal kurzfristig auf den Fahrplan raufschauen, damit jeder abgeholt ist. Ich habe gesagt, von einem kurzfristigen Setback definitiv nicht verwerflich, ist nicht schlimm. Wir haben den ersten Move gesehen. Wir haben auch hier kurzfristig diese Hochebene herausgenommen. Ist das einmal positiv zu bewerten. Von daher hat der Markt auch natürlich die Möglichkeit, einen kurzfristigen Rücksetzer noch zu erleben. Bis in die Region 26.060 US-Dollar runter bis 25.800 US-Dollar, um dann den nächsten Schwung hier einzuleiten bis in diese Region. Das ist mein kurzfristiger Fahrplan, den ich hier verfolge, Leute. Wenn wir uns das Ganze aus BTC-Chart 7-Tages-Sicht einmal aus Liqui-Sicht anschauen, dann sehen wir, dass wir weiterhin Liquidität, kurzfristig die meiste Liquidität über uns haben. 27.000 US-Dollar in den Regionen und dann wirklich signifikant 28.550 US-Dollar, Leute. Was liegt da? Erst einmal die 27.000 US-Dollar-Marke, die untere Marke mit dem CME Futures Gap und dann letztendlich die 28.500er-Marke haben wir, gehen wir nochmal in den 4-Stunden-Chart, exakt an unserem bärischen Verkaufsbereich. Gut, springen wir rüber zu Solana und den Breaking News. Aber erst einmal noch ein wichtiger Hinweis. Alle diejenigen, wir sehen es immer wieder, die in Panik verfallen sind, Panikverkäufe getätigt haben oder nicht auf gut Deutsch gesagt, die Eier in der Hose hatten, jetzt nachzukaufen, werden aus meiner Sicht früher oder später hier wieder in den Regret-Modus rein starten. Werden es bereuen, wir sehen einen wunderschönen Retest in einigen Paaren, einigen Altcoin-Paaren, unter anderem Solana von seinem attraktiven Kaufbereich. Wir sprechen schon eine Weile auch ein dediziertes Video auf diesem Kanal zu Solana, den langfristigen Fahrplan exakt dargelegt. Schau es dir einmal an, läuft wunderschön in den Strukturen und läuft bisher wunderschön nach Fahrplan. Wir sehen das tiefe Reinstechen innerhalb unseres Kaufbereiches von Solana, welcher liegt, lag bei 22,4 US-Dollar runter bis 19,24 US-Dollar. In der Erwartungshaltung, dass, wenn dieser Wendebereich angelaufen wird, wir neue Käufer in den Markt reinlocken können und neue Kraft hier reinbekommen in Solana, um unsere Ziellevel in den Regionen von 44 US-Dollar oder 43,7 US-Dollar, um genau zu sein, hoch bis 51 US-Dollar zu sehen. Soweit erst einmal der Fahrplan und jetzt kriegen wir auch einen weiteren bullischen Katalysator rein, Leute, was eine Partnerschaft von Solana mit Shopify. In diesem Fall dreht es sich um die Lösung von Solana, Solana Pay. Und die wurde gestern integriert in Shopify, empowering the millions of entrepreneurs and merchants on Shopify to accept fast Web3 native payments with no transaction fees through the end of 2023. Von daher wurde das Ganze jetzt in Shopify integriert. Merchants, Händler können diese Auswahl tätigen, dass in Zukunft auch der Checkout mit Solana Pay hier durchgeführt wird. Falls ihr mehr Informationen dazu wollt, schaut euch gerne die Adresse solanapay.com an. Hier ist alles aufgelistet. Von daher aus meiner Sicht eine starke Lösung, die Solana hier an die Rampe bringt. Plus vor allen Dingen mit dem Skalierungseffekt Shopify. Millionen von Menschen haben einen Shopify Shop plus, aber Millionen von Menschen kaufen auf diesen Shops von Shopify. Und von daher aus meiner Sicht eine mega Lösung hier, die Beiträge zur Adoption von Solana ebenfalls. Und von daher ist das natürlich eine bullische Nachricht, die der nächste Katalysator tatsächlich sein kann, hier um diese Bewegung jetzt fortzusetzen bis in unser Ziellevel. So und zum Abschluss natürlich noch kurz und knackig die Ethereum-Analyse, wo aus bullischer Perspektive gerade so einiges richtig läuft. Wieso, weshalb, warum? Natürlich auch hier den Flash Crash erlebt in Ethereum. Und auch hier hatten wir darüber gesprochen, liegt unser langfristiges nächstes Nachkauf-Level. In diesem Fall auch genauso wie in Bitcoin. Wir befinden uns auf der Strecke B hier unten zu unserem Ziellevel C in Ethereum mit dem Ziellevel 2.900 US-Dollar hoch bis 3.376 US-Dollar. Und mit der nächsten Korrektur dürfen wir uns long positionieren. Diese ist jetzt erfolgt und wir sehen das Anlaufen unseres Kaufwende-Bereiches bei 1.608 US-Dollar runter bis 1.439 US-Dollar. Springen wir einmal runter. In diesen Bereichen wurden wir das erste Mal getriggert, langfristig nachgekauft. Doch auch hier drüber gesprochen. Wir haben natürlich einen signifikanten Wig zurückgelassen. Und dieser signifikante Wig, der wird früher oder später in der Regel ebenfalls gefüllt. Wir konsolidieren kurzzeitig. Es kommt zum Retest des Wigs. Wir füllen mindestens 50% dieses Wigs. Das ist die Wig-Fill-Strategie. Das muss mindestens erreicht werden, um ein potenzielles Reversal, einen potenziellen Boden hier zu bilden und dann einen nächsten kurzfristigen Erholungs-Move einzuleiten. Wir sehen den Retest, wir sehen den Bounce. Läuft erstmal wunderschön hier aus bullischer Perspektive. Doch wie geht es weiter? Schauen wir uns natürlich auch hier die interessanten nächsten Level an. Denn im Gegensatz zu Bitcoin haben wir hier folgendes Movement gesehen. Die Korrektur in Ethereum hat uns mit einer bärischen Sequenz zurückgelassen. Heißt es, dass diese auch gefüllt werden muss, beziehungsweise in die Ziel-Level getragen werden muss? Nein. Direkt vorab 1200 US-Dollar, runter bis 1000 US-Dollar liegt es. Und nach aktuellem Stand, nach aktueller Struktur, sehe ich den Markt nicht das hier machen. Sondern der Markt braucht aus meiner Sicht, um noch ein Stückchen tiefer hier in Ethereum zu kommen, weitere Kraft aus Verkäufer-Sicht. Wo kriegt man diese weitere Kraft aus Verkäufer-Sicht rein? Richtig, indem man letztendlich attraktivere Kurse den Verkäufern anbietet, um sich erneut hier Short zu positionieren und den Markt nach unten zu drücken. Und das ist das explizite Level, was ich hier im Auge gefasst habe. Unser BC-Korrektur-Level, was liegt in der Range 1870 runter bis 1788 US-Dollar, wo wir definitiv erst einmal von bärischem Verkaufsdruck ausgehen müssen. Schauen wir uns das kurz einmal aus Liquiditätssicht an. So haben wir hier im 3-Monats-Chart die größte Liquidität im Gegensatz zu Bitcoin bei Ethereum herausgenommen. 1500 US-Dollar. Es liegt noch ein wenig Liquidität bei 1480. Deswegen nicht verwerflich, beziehungsweise noch valide das Szenario, dass wir auch noch einmal hier kurzfristig reinstechen. Potenziell nach dem Anlauf des eben besagten Bären-Levels. Denn aus Ein-Monats-Chart-Sicht liegt jede Menge Liquidität über uns. Leute, 1900 US-Dollar. In Ethereum, in der 7-Tages-Chart, sehen wir ein immenses Liquiditäts-Cluster, was hier hochführt. Starten von 1710 hoch bis knapp 1800 US-Dollar, wenn nicht sogar 1850 US-Dollar. Und aus kurzfristiger Sicht erst einmal auch hier. Wir haben eine Marke 1650 US-Dollar Richtung 1620 US-Dollar. Weshalb, wie gesagt, auch ähnlich wie in Bitcoin zu begreifen. Hier die Möglichkeit besteht, dass wir noch einmal einen kurzfristigen Rücksetzer sehen. Bis in diese Region 1650, 1620. Passt ebenfalls mit dem bullischen Korrektur-Level dieser Aufwärtsbewegung zusammen. Dass wir hier reinstechen, hier reinstechen, neue Kraft sammeln, um den nächsten Up-Move einzuleiten. Und dann erst einmal in Richtung des Erholungstargets klettern. Und das ist soweit erst einmal der Fahrplan zu Ethereum. Alle Level zu Bitcoin, Ethereum und Solana sollten bekannt sein. Falls du denn noch irgendwelche Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Würde ebenfalls natürlich ein Feedback darüber freuen. Fördert natürlich auch der Algorithmus. Falls du weitere Fragen hast, schau gerne einmal in der Videobeschreibung nach dem Link zu Telegram. Kostenlose Telegram-Gruppe für dich mit über 2000 Mitgliedern. Wo ich dich natürlich unter anderem zwischen den Update-Videos immer up-to-date halte. Du jederzeit die wichtigsten Liquidation-Heatmaps findest. Und natürlich eine geile Community hast, die mit dir letzten Endes diskutieren kann. Und last but not least, Leute. Hier in unserem Dach, Bing-Ex-Team-Trading-Turnier. Weiterhin auf Rang 1. Das Team performt über 28,1%. Aoi aktuell. Wir sind auf Platz 1 vor der Crater Army und vor Furkan. Von daher auch das Ding läuft. Und jetzt hoffe ich, dass dir einen Mehrwert mit dem heutigen Video liefern konnte. Falls es ihm so ist, würde ich mich selber über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da. Und starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trainings-Tag. Next Goal 10k, Leute. Ich freue mich drauf. Macht's erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.